hallo ihr lieben heute möchte ich mich mit euch zusammen um kürbisse kümmern die gibt es jetzt überall zu kaufen wunderschöne teile riesig große gibt es da teilweise ganz kleine welche die man mit oder ohne schale essen kann und darf man hat aber oft man scheut davor diese ganzen wunderbaren gerichte zu essen kürbis quiche kürbistart kürbissuppe gebackene gebratene kürbisse kürbissalate es gibt die tollsten sagen kürbiskuchen süße plätzchen ich habe euch unten also im text auch noch ein paar tolle rezepte aufgetrieben die lieblinge aus der redaktion jetzt aber erstmal ist das problem wie schäle ich das ding wie kriege ich das klein bisschen so hart dass man sich dabei mit angst hat sich dabei zu verletzen oder es auch tut fangen wir einfach mal an mit dem hokkaido den man ja mit schale essen kann den man aber trotzdem klein kriegen muss und schlachten muss und damit man sich dabei nicht verletzt habe ich einen ganz tollen trick für euch was ich dann mit in der küche zuerst tue das ist der ganze trick ich habe den kürbis fünf minuten in kochendes wasser zwei minuten drehe ich ihn mal um auf diese art wird die schale etwas weicher er mag mich und er ist nachher leichter zu schneiden wie ihr gleich sehen werdet so schon habe ich diese schönen kleinen schnitten schnittchen die kann ich jetzt zu würfeln scheiben oder sonst was machen wie schon gesagt es gibt noch eine andere kürbissorte die sehr oft zu sehen das sind diese kleineren entweder eigöhl kürbisse manche nennen die da gorgonzola kürbis andere also die haben verschiedene namen die sind ja wirklich sehr schwer zu schälen natürlich könnt ihr da auch diesen trick anwenden die können genauso ins kochende wasser und dann geschält werden ich persönlich finde eine bessere idee diese kleinen harten dinger zu füllen dazu schneide ich den auch vor fünf minuten kochendes wasser schneide ich den den deckel ab schwer genug ich persönlich habe eigentlich so ein kleines kürbis besteck mal gekauft so zum schnitzen das tut es natürlich auch hervorragend wenn man gerne aus dem kürbis raus kriegen will ich mach den zuerst leer dann stecke ich ihn so wie er ist eine zeitlang roh in die röhre habe ich euch auch alles aufgeschrieben ganz brav wie es genau geht der deckel wird mitgebacken dann kommt erst die füllung rein das fruchtfleisch ist da schon schön weich der deckel wieder drauf es wird dann auch so serviert und man löffelt das dann raus mit dem fruchtfleisch zusammen also da gibt es vegane füllungen vegetarische füllungen aber natürlich auch käseschinken ja also hier beim aushöhlen ich habe so einen kleinen das ist so aus dem kürbis schnitz besteck das habe ich benutzt um den ein bisschen weit zu machen aufzumachen jetzt fühle ich ihn noch aus der kommt jetzt in die röhre bei ungefähr 180 grad eine zeit lang 180 180 grad kann auch 190 sein je nachdem wie klein der ist die ganz kleinen kann man ja auch füllen von zehn minuten bis zu 40 minuten ihr müsst dann einfach immer mal reinstechen ob das schon weich ist dann wird er erst gefüllt mit käseschinken oder gorgonzola räucherlachs oder natürlich auch vegan ich habe ich auch ein veganes rezept ein vegetarisches rezept aufgeschrieben der deckel kommt dann wieder drauf und dann löffelt man das leckere innere zusammen mit dem fruchtfleisch ist es köstlich ich verspreche es euch und es ist auch wirklich nicht so viel arbeit wie das ding zu schälen jetzt haben wir auch noch einen diese probleme die sind ganz riesig großen kürbissen hier die gibt es ja mal ein paar schalbchenweise da hat man glück manchmal gibt es aber auch so ganz und manchmal hat man auch lust so kürbis zu haben eine zeit lang als deko und dann erst zu kochen da habe ich auch einen ganz tollen trick für euch wie ihr den verarbeiten könnt den steckt man nämlich ganz in die röhre vorher allerdings bohr ich ein bisschen an jetzt mit meinem kürbismesser geht aber auch normales sägezahnmesser ihr könnt euch vorstellen wieso da geht dann einfach der dampf raus dass uns das ding nicht explodiert in der röhre da muss ich einfach ein bisschen was rausnehmen und schauen dass ich bis ins kerngehäuse komme so dass da der dampf entweichen kann mehr ist es nicht den stecke ich jetzt in die röhre bei 180 grad auch ungefähr fast eine stunde dann kann ich den auseinander nehmen ganz weich der fällt dann so schön zusammen kann ich den auseinander nehmen das fruchtfleisch gewinnen diese kerne kommen wieder weg oder man macht eben wie gesagt geröstete kerne daraus ich kann es nicht ich bin zu hektisch ich habe zu viel arbeit aber vielleicht gibt es ja tolle ideen habe ich ja schon gesagt für mich wie man diese kerne verarbeiten kann noch ich hoffe ich habe ich ein bisschen die angst vor diesen harten großen schweren schwarzen schwarzen nicht schweren kürbissen genommen wenn ihr noch eine bitte gekriegt dass ich mal zeige wie man diese schönen floralen muster in die halloween kürbisse schnitzt das zeige ich euch jetzt noch im anschluss beim halloween kürbis nämlich da fackele ich nicht lange rum deswegen musste ich jetzt mein perspektivwechsel vornehmen dann schneide ich mit der stichsäge weil alles andere ist mir zu läppisch das ist wirklich hart das ding so fertig hinten aufgemacht weil ich vorne diese schönen pluralen muster sehen möchte da kann ich dann von da hinten eine kerze reinstecken der steht dann so vor meiner haustür ihr seht jetzt hier die muster einfach ein paar blättchen aufmalen und die werden genauso geschnitzt wie man im prinzip den kürbis auch öffnet reinstechen sägen ich kann wirklich nur jedem zu so einem schnitzwerkstatt das war super günstig leider gab es das nur im internet aber in zeiten von corona ist das ja gar nicht so doof habe ich mein erstes blatt das ausfüllen mache ich hinterher wenn der ganze monstern ich jetzt ausschneide mache ich dann zusammen mit den kernen raus auch mit diesen kernlöpfe und dann habe ich einen sehr sehr schönen eine sehr sehr schöne deko von meiner haustür wenn jemand keine lust hat auch blöde gesichter kann er das genau so machen auch die gesichter kann man übrigens so schneiden dass man hinten aufmacht und vorne das gesicht macht ich finde es viel leichter als wenn man immer oben den deckel aufmacht so bringt auch die kerze gut und flackert nicht und geht auch nicht aus ich hoffe ihr habt spaß mit euren kürbissen ihr macht ein paar sachen nach ich hoffe jemand schreibt mir ein tolles rezept für die gerösteten kerne suche ich immer noch ich finde einfach keins und wenn dann ist es so waschen sie stundenlang die kerne keine ahnung vielleicht fällt auch das fruchtfleisch ab ich weiß es nicht wir sehen uns nächsten samstag ich danke euch fürs zuschauen und ciao ja 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 ja